Immer noch nicht so. Jetzt darf ich mir was holen. Oh ne. Und noch 3 von A. Staatlich, äh staatlicher Bursche, stattlicher Bursche, staatlich. Der staatliche Bursche. Ja. Hey, was war die? Hehe, ich war erster. Hehehe. Äh, laufen wir so, einmal kurz. Ja. Einmal so, ja. Der wird auch ich. Ich entscheide wo. Warte mal was, ne? Wartes? Alles gut. Du hab mich schon mal ohne dich, bis wir da. Ja, ja, ich bin auch gleich da. Huch. Das ist nur du. Ah, das war das, das, oder? Ein normaler. Ein normaler. Aber auf Bots wieder. Ich mach meine Egelzänge, ich weiß auch nicht. Ich mach sie. Ja, sind's wirklich schlimm. Wir haben uns alle gleichzeitig. Ach so. Kann man nicht das doppelt auswählen, wenn das so hat, dieses Hellpot-Plattsoptimierung, ne? Genau, genau. Deswegen hab ich ja gesagt. Ich hab's ja sowieso drin. Und es kann nur einmal einer den Booster für's Team. V-Fahrt-Range initial. Ist das wieder Roboter? Ja, ja. Ist die ganze Zeit Roboter. Hä? Wir sind jetzt von meinem Schiff gerade gedroppt oder nicht? Wie heißt denn deins? Keine Ahnung, oder? Ja. Ich hab da irgendwas eingetippt. Der Überbürger. Der Überbürger. Ich glaub, wir sind in Demokratie oder so. Ja, weil wir sind nämlich gerade von der Speer des Urteils gedroppt. Bei mir jedenfalls. Ja, ich bin auch von meinem gedroppt. Ja, geil. Da passt schon. Hat jeder sein eigenes. Ich find's schön, dass man seine Kapsel nochmal ein bisschen steuern kann. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig. Gut. Marcel, du kannst wieder den Guard-Doc haben. Oh, wir gehen da. Ich kann ja nur einen machen. Der nächste kommt dann irgendwann. Wo ist denn der Guard-Doc überhaupt? Ach, hier vorne, ja. Rucksack. Ist das MG gerade wirklich fast? Hä? Ich hab versehentlich den Turm geschmissen, ne? Das wollte ich gar nicht. Der bleibt da. Ich wollte den werfen. Sorry. Der bleibt da jetzt. Mach dir keinen Augen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ich hab nur MG gelesen und dachte, jo, da ist er. Da ist er. Das ist er. Das ist der Mann fürs Leben. Dieses Fett ist auch. Oh, schön, ne? Hey, ey, ey, ey. Schieß zu den, hierher voll. Geh doch in Deckung. Nein. Er hat mich abgeschossen, wie in Deckung. Er hat mich abgeschossen. Er hat mich abgeschossen. Hat mich gefrocken, der Hund. da kommt doch schon mal da der lange arm der gerecht ist er wackelt noch die alles was geht was gibt es hier wo ist das war der räger so ist das der führer kriegt die räger ohr wie wäre es wenn wir da alle ganz viele dinge reinwerfen das war schon voll witzig ich glaube ich glaube ich glaube ich wenn man acht airstrikes oder irgendwas auf andere schwärm ist und los geht's ja es ist schon vorbei oh nein ich habe gesehen wie er gut nein es ist erst vorbei wenn die geschütze aus dem himmel das sagen hier liegt ein bogengewehr bis es schief gehen wird oder was ich mache es denn ja da muss mal einer ich mache es ich gehe gehe ich gehe auf ja okay ich hab die die läufer ich kümmere mich gleich drauf das ist der dritte läufer oh nein das ist weggeflogen scheiße scheiße ist abgebrochen oh fuck oh fuck vorsicht dropship dropship sehe halt gerade gar nichts ne das war so krass ja das ist zu höhens aber ich arbeite gerade das kann alles ähm wow das ist nicht so gut das ist nicht so gut wow oh fuck läufer ich hab jetzt drei läufer gerade gehabt hier unten ist die Satellitenanlage glaubt ihr er kann gerade noch nicht kommen ich hänge hier gerade zwischen sehr sehr vielen Feinden fest ich mach das hoch sag mal ist doch gut jetzt wie lange gehen wir doch nicht auf dem herren ach da hinter ist direkt noch einer inberlinig das geht da schon oh antimateria gewehr probebehälter ich hab von irgendjemand glaub ich ausrüstung gefunden ja das hast du mir das herz behalten und einer mal die die abschuss also das das orangen wo ist das wo ist das markiert auf der karte drück mal tab ach da ja ich geh hin zumindest versuche ich es hier ist auch gerade einer auf mich geschossen ist weg ok was ist hier denn gerade passiert die war nur eine mini ach so war nur die klein war nur die so das ist durch jetzt haben wir die dinge auch offen da bin ich schnell geil ach da unten sind sie das brauchst du brauchst du was da kannst du mal ran schießen mach mal alle mach mal alle ganz schnell du musst immer auf den schießen der die flären ja ja ich weiß so das ist ja toll luft wua wow kade ok ich habe jetzt auch noch die Codes, die Codes haben wir ja die Codes haben wir lass doch schon nach oben gucken, ne die liegen hier auch immer überall rum ok, ich würde sagen beim nächsten Block brauche ich auch nicht mal Munition hier kannst du sonst auch mitnehmen oh, Munition wir können auch mal schnell holen da oben ist dann noch ein Ding da hinten ist ein Ding aber komm erstmal hoch wir Munition nehmen wir auch aber wir werden hier da müssen wir eine kleine Puppe ach tut scheiße da ist Munition für alle gut warst du schon wieder? ach so ich kann hier noch einen Guard-Doc für jemanden der noch keinen Rucksack hat ja was war es da, Max? also ich habe noch keinen Rucksack, ne ach so, dann kannst du ihn auch nehmen nimm du ihn nimm du ihn ich bin da einsatzbereit das ist ja schön ja so ich gehe kurz da rüber was heißt da rüber? ob es blinkt wir sind noch Samples mhm oder sammelt das dann rein also nicht die Granate oder Rass einfach runtergerutscht herrlich und dann gehen wir hier Kriegsanleihemedaille plus 3 ist gut oooh jetzt kannst du ja auch was kaufen ich brauche hier einen zweiten Mann da beim Poker ich bin schon da Kevin wir sind irgendwie nur für Tod und Zerstörung da ne wir machen hier irgendwie nix relevantes wir sind einfach nur die Zerstörer sollt das jetzt heißen drass relevantes naja ihr macht ja immer alles wir sind hier einfach nur dabei alles kaputt zu machen ihr macht doch auch nicht alles ihr macht sehr wohl alles es gibt einen Lammwerfer und hat die Materie erkannt ja du schaust noch eins mach ich mal kurz nachladen also holst du wach ja das ist ein Luftschlag ich sehe da jetzt halt gerade gar nichts mehr geil es wird alles abgeschlossen hier ne Streubom hat ne ne ok Starward geil Marcel willst du mal dein MG tauschen gegen ein richtiges MG? nein ich habe gerade die die das ist praktisch das LMG aber es ist trotzdem schweres MG man kann es im Lauf nachladen aber es schießt auch schneller ja nehme mir jetzt erstmal ein bisschen Munition und ihr könnt auch die ganze Munition da unten mitnehmen das habe ich gerade eben schon gemacht was ist das hier? ich denke gerade wenn ihr R gedrückt haltet könnt ihr jetzt erstmal die Feuerrater einstellen vom MG zum Beispiel mit dem mit dem linker und rechner Maus hast du R gedrückt halt denke rechner Maus hast du da Feuerrater auf volle Möre super ok das hat auch wieder oh wow hab ich den nicht getroffen das verstehe ich jetzt schon wieder gar nicht das frage ich mich auch hast du ihn auch nicht getroffen und dann oder was? ne also ich hatte praktisch Tagging Ausfluss für den dritten und dann war sie wieder weg und dann habe ich dementsprechend geschossen ok das leere war halt nicht so gut geil war halt so nicht so gut nice hey der steht ja immer noch hey hey je bied je sicher je bied gesichert mit j je sicher je sicher ist auch dann je bied mal je sicher gebet aber warum denn der steht doch hier schon oh oh scheiße warum rennst du denn rein? oh ich wollte eigentlich ne Granate reinwerfen so jawohl ihr seid auch ein paar Heidi sehr ganz ehrlich ey du hast mich zwo mal schon getötet also nur Spann dich mal ein bisschen es regnet da die ganze Zeit schon oder es fliegen nochmal zwei Taktik-Anforderungen so genau neben mich ja reicht doch das ist echt links von uns Patrouille das ist echt links von uns Patrouille das ist echt das ist echt einfach hier man muss auch sicher gehen ja ja tot ist halt nicht gleich tot das ist richtig das ist richtig tot ist nicht gleich tot hier nur ein toter Terminator ist ein guter Taktik ein guter Terminator ein guter Terminator auch das erinnert mich schon wieder irgendwie an die Nekrophagen ja genau das ist auch mal gegen das sind was ist auch mal gegen was ist auch mal gegen oh du hast mir voll in den Schutz gedacht Alter hat sie gehauen ah ist nicht schlimm ich kümmere mich mal so ja ja warte erst wenn sie kommen machst du mich mal voll oder ja warte was ich habe nichts also nee das ist das läuft aber jetzt ja ich habe nichts wo ich habe ich habe gerade schon mal die schlüsse eine 1 muss noch gattet rechts Muss noch kein Regeln werden. Ich heben muss noch. Ab. Oh, danke. Das läuft. Verdammt. Na, wo sind sie? Da, wohin. Was ist das, ey? Locker, eh. Keiner mehr. Oh, danke. War auf jeden Fall was. Boots. Mach ich ab. Kann ich hier auf die Rakete hoch springen? Wahrscheinlich, ganz am Anfang ja. Ganz am Anfang, wenn sie gerade aufgeht, geht das sogar wahrscheinlich, ja. 100%ig nicht, du fällst 100%ig runter. Oder so. Easy. Das wär so geil. Ich hätte eine Trophäe programmiert. Schieß dich selbst jetzt ein. Versuche ein Game auf alle Falle. Aber irgendwie gehen wir mal an. Aber irgendwie gehen wir mal an. Da halte ich doch einer in den Guard-Dog. Ich hab den gerade über. Ja. Ne, meiner schwört hier irgendwo bei mir rum. Was ist denn dein? Ach, der hat immer was. Genau der. Ich hab den gar nicht gesehen, totemik. Los. Kann mal irgendeiner die Rakete starten, bitte? Kann gehen, rechte Augen. Süß, da runter. You have ignited the torch in the military. Extraction away. Tschüss, später. Hast du hier eine Toilette? Nice. Warum steht hier ein Dixie, alter? Na ja, schwach. Ich hab gedacht, hast du schon ein Dixie? Ja, da stand gerade ein Dixie. Okay. Dann bitte. Jawoll. Hier links ist noch ne Dingens, ne? Was denn? Da links ist noch ne Fabrik. Ne, kann keiner mehr geben. Ist eigentlich zerstört. Das ist nur der Scheiß. Ach so. Der wird nur noch heimlich was hergestellt. Wir tun nur noch so. Das letzte Pfeifen. Alter, ist das so weit weg? Nein, überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr nah. Ich bin nach Hause. Das fasst nebenan. Können wir jetzt bitte gehen? Können wir bitte gehen? Können wir jetzt bitte gehen? Ja, aber nee, hör mir zu. Können wir bitte gehen? Ich hab' keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Wir haben ihn. Wohin? Weg! Warum? Ich hab' diese Pisse hier keinen Bock mehr haben. Ich hab' das Ding geworfen, das war richtig intelligent. Also, das ist richtig intelligent geflogen. So rum. Komm, wollen wir gleich kommen. Hä, wir müssen wieder hochkommen. Hier. Böserbester. Ja. Hast du auch noch einen los? Nee, ja. Fuck it. Was? Wo? Was? 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 Oh. Ich geh' das mal. Hm. Schade. Der ist eingetankt. Oh, das fack'n wir halt. Robot! Alter! Wow! Ich hab' den auch. Ja, das schwimmstestellig. Mg, oder was? Oh, ja. So, ich geh' weg von den Gegnern wegen dem Wersen. Ja. Ganz richtig. Können wir jetzt bitte gehen? Nee, noch nicht. Das schwimmst du noch nicht da. Äh, Versteckung hat das schon gemacht, ne? Alter, genau, Alter. Wer ist denn der Dreier? Das ist doch Kevin, oder? Ich spinne mal. Was ist los? Alter, Don. Was ist los? Ich hau' hier volle Möhre mit der Shotguard und du läufst mit deinem Kopf natürlich direkt vorbei. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ja, Alter, tot gewesen wäre. Ich war doch eh tot. Nee, nee. Du bist gar nicht mehr vorbei. Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Was ist los? Oh, das Schiff kommt. Nur ein Test. Nur ein Test. Nichts am Catchen laufen. Und drei. Easy. Easy. EZ. Junge. EZ. EZ. Mhm. Ich spiele mindestens 50 Missionen. Ja, ja. Ich muss mal R drücken, wie im Waffenland. Ah, ja. So wie Marcel. Einen Schluck geschossen? Ja. Ja, das war am Anfang noch schon. Ich habe keine Magazine mehr. Meine Magazine sind weg. Wo sind meine Magazine? Ich hatte einfach mal nachgeladen. oder was? Ja, wir sind weg. Nein, nein, nein. Mhm, mhm. Chlor, ich erwieg. So. Ah, mein Adler ist wieder aufgeladen. Perfekt. Nice Levelaufschnitt. Ah, geht schnell. okay geht so dann machen wir jetzt noch schnell hier die Typen wieder evakuieren und dann schluss Ja Schau mal Schau mal Danke, Pink Ganz schnell jetzt Oh Kevin wieder ein Kill mehr wie ich Ich sag doch, du musst das gewähr nehmen, das ist geil Welches? Antimaterie Ne, das ist primäre, normale Die Legions oder so